Hey Kinder, was ging bei euch ab? Ich wollte euch geschwind infotechnisch sagen, heute Abend bin ich nicht da. Ich bin mit meiner Freundin auf dem Alligator-Akustik-Konzert-Akkordarbeit in Heidelberg. Und deswegen kriege ich hier nichts gebacken. Ich werde euch nächsten Freitag dann einiges davon erzählen. Vielleicht mache ich auch ein paar Bilder, je nachdem wie lange mein Handy durchhält. Ich habe da ein bisschen Akku-Probleme. Und die fette Kamera will ich natürlich nicht mitnehmen. Ich will da nicht so ein Arsch sein, der da steht und die ganze Zeit filmt, wie so ein Dödel. Vielleicht mache ich ein, zwei Bilder mit dem Handy mal gucken. Und ja, und da werde ich euch dann mal davon erzählen, wie toll das war. Und so. Nur, dass ihr jetzt halt Bescheid wisst. Wo, wo, ja. So läuft das nämlich, ne? Ihr wisst ja, ganz wenig Zeit, ganz wenig Zeit und dann noch sowas. Ja, das ist natürlich, äh, okay. Gut, gut. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.